Was kam es denn zu der Verletzung? Durch einen Aufschlag im Training konnte ich danach meinen Arm nicht mehr heben und dann war es eigentlich klar. Wo hast du dich operieren lassen? Ich habe mich in der Artus Klinik in Heidelberg operieren lassen von Dr. Lichtenberg. Die erste OP war am 31. Januar und die zweite dann am 10. Oktober.